Herzlich Willkommen meine Damen und Herren zu einer Aufführung, die nur für Erwachsene zugänglich sein sollte. Ich kann das natürlich nicht kontrollieren, aber da stand es jedenfalls. Und es ist so ein Spiel, was mir der liebe Alenio... Oh, ein Nintendo-Symbol, okay. Äh... Äh, was? Ja, okay, ich werde es jetzt einfach mal ignorieren. Und, äh, ja, der liebe Alenio hat mir das empfohlen und dass ich das hier blind mal spielen soll und mich davon blenden soll, wie unglaublich gut dieses Spiel doch ist. Marvelous. Und das scheint wohl unser werte Herr Protagonist zu sein. Ein wunderschönes Eichhörnchen im blauen Kapuzenpulli und mit leuchtend-orangem Fell. Gefällt mir... Okay, es beginnt wohl damit, da ich in eine Kneipe gehe. Okay, okay, warte mal. Ich habe das ja auf Pad eingestellt, diese Immolator. Unglaublich, meine Damen und Herren. Ich werde eigentlich mal ein Spiel mit Pad spielen. Das letzte Mal, als das der Fall war... Äh, war bei Darksiders, glaube ich. Und das war nicht... Das war nicht selig. Ich sag's euch, das war nicht selig. Hm, der Toten hat hier auch ein paar Sorgen, wie es scheint. Okay. Multi? Es hat ein Multiplayer. Wie geil ist das denn? Okay, das gefällt mir schon mal. Game 3. Ich nehme Game 3. New Game, natürlich. So, und jetzt wird wahrscheinlich eine wunderschöne, einführende Cutscene kommen. Und ich möchte nicht dabei stören. Nintendo Presents. Ach, scheiße, jetzt habe ich es schon getan. Ich werde ruhig sein, ich werde ruhig sein. Keine, keine Aufregung, keine Aufregung. Wer ist Barry? Konker kann ich mir vorstellen. Jetzt habe ich es schon wieder getan. Okay, ich bin ruhig. Tut mir leid. Okay. Und ich habeifty. Das war nicht so Voorhaften. Na, Well, there I am, conquer the king, king of all the land, who'd have thought that? But how did I come to this, I hear you say, and who were those strange fellows that's around my throne, I hear you also say, well, it's a long story, come closer, and I'll tell you, and it all started yesterday, and what a day that was, it's what I call a bad bird day. Okay, das ist der Titel des Spiels, jetzt habe ich schon wieder was gesagt, aber ist egal, ist egal, es ist ja auch vollkommen irrelevant. Hi, you've reached, like, Barry's place, I'm not available to answer the phone, obviously. However, if you leave your, like, name and number, and they sound cute, I may ring you back. Ciao! Hi, Barry, hello? Barry, if you'd better pick up. Hello? Oh, anyway, look. I'm gonna be a bit late. Well, met up with a couple of guys, and they're off tomorrow to some, I don't know, fight some war somewhere. Anyway, um, I'll see ya. Love you. Mwah, mwah. I think she bought it. Conker, put the phone down. Oh, uh, right, whose round is it? Yours. What, again? Okay. Did someone lend me a fiver? Oh, I don't feel so good now. You guys enjoy yourself and all that, and I'll probably see you sometime next week. I've gotta go home. Ugh, what? I'll go this way. Oh, oh, no, that's the toilet. Let's go this way. Yeah, that's better. Oh, didn't look too good tonight. Ooh, another sec. Ugh. Uh, sorry about that, old chap. Gotta go. Can't quite make it out. Anyway, it seems pretty familiar to me. Oh, come on, come on, quick, quick. Shh, shh, go ahead, be quiet. Ooh, ooh, shh, go ahead, be quiet. Ooh, shh, 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 shh. Well, what was that? Well, this way, I suppose. I'll be right back. 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 Mehr Milch, sire? Hm, yes. Das war's. was auch immer mir das sagen soll was auch immer so betrunken kann man noch nicht sein ich schätze dass die grafik okay also bin ich jetzt hier bin ich jetzt hier ja ich bin hier mein gott meine hände ging automatisch zur tastatur okay er hat ein eindeutig einen kater seht eben wie die zunge aussteigt was für eine lange zunge wie viel alkohol gegen wo in diesen kleinen eichhörnchen körper man weiß es nicht ich kann ja noch was erzählen dazu ich habe mich ein bisschen schlau gemacht ein bisschen und anfangs soll das ja auch so ein typisches jump and run wie früher eben mit dem knuddeligen kleinen eichhörnchen hält aber das wurde dann von der presse sowas von zerrissen dass es eben wieder das übliche ist dass die entwickler einfach gedacht haben ja wir scheißen auf euch wir machen jetzt ein alles andere als kinderfreundliches spiel daraus und das sieht man ja auch der protagonist belügt seine freundin damit er sich ordentlich zuschütten kann findet dann nicht den weg nach hause findet sich irgendwo im nichts wieder hat einen unglaublichen kater und ja ob das exakt kinderfreundlich ist weiß ich nicht was ist das hier eigentlich für einen es passiert nichts okay probiere einfach mal alle knöpfe aus hier macht ein halbherzigen sprung hier versuchte einem irgendwie die hand um die ohren zu klatschen passiert nichts so eine art ego ansicht nur hinterm kopf oh what the fuck ist das pause aber total das muss ich mir noch mal ansehen komm komm gib es mir auch seht euch diesen bildschirm an oh mein gott naja und was zum titel kann ich auch noch sagen das ist ja bad für den ich glaube so in england oder so gibt es eine zu redensart das nämlich dem bad herr day was so ähnliches wie im kater haben oder sowas also direkt parallelen ziehen er hat einen kater oh mein gott kombiniere kombiniere es handelt sich um mord jetzt ja einfach mal hier entlang kann ich schwimmen ich kann schwimmen mit mit schwimmflügeln wie geil ist das denn ja du fühlst dich nicht gut ist klar ja hier ist eine vogelscheuche ich mit dem rin oh hello can you help me i need to get home and go to bed cause i don't feel very well at all oh no 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 oh oh so you can't help me at all huh uh actually yeah yes i got us maybe okay okay what's your name beardy beardy you haven't got a beard no birdy let's go birdies okay birdie um so how can you help me okay aber der scheint auch nicht gerade jetzt hier vollkommen nüchtern zu sein oder naja ich werde eben einfach mal folgen ist die aus bettentiert actually you'll find that er der kaltkart text ist die mädchen anwesst er will er ist er ist b und er sei gestern aber er die leitungen sein er ist ein reichen ein reichen der so Das ist es. Das ist es? Ja. Okay, ich presse B. Was? Noch mehr Bier? Was bedeutet das? Ja? Ich versteh kein Wort. Was denn? Okay. Ich will es noch mal versuchen. Eine Druckflasche? Oder was soll das sein? Wie passt das bitte in den Kontext? Ich versteh es nicht. Noch einmal. Hast du wieder Bier? Das ist die gleiche Szene wie eben. Jetzt pennt er mir einen weg. Erst nimmt er meinen Alkohol und dann pennt er mir einen weg. Okay, versuch es mal hier. Ding! Oh! 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 Oh, jetzt kann ich springen. Spring, 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 spring. Hui. Okay. Ich schwimme, glaube ich, einfach mal darüber und dann ist alles gut. Mit Schwimmflügel. Schon sehr geil. Sehr geil. Oh Gott, nein. Was machst du da? Was macht der da? Oh, ich kann nicht sehen, dass ich noch weiter komme. Ich bin sicher, dass es etwas gab. Ah, ja, jetzt habe ich mich erinnert. Halt das Z-B-Ups und runter und ich würde kratzen. Jetzt, was war das? Oh, ja. Ja, schaust A, um zu hoch zu hoch zu hoch. Extra high. Aber das habe ich schon mal herausgefunden. Dann, A, Gage, do that funny helicopter retail thing. What? Funny helicopter retail thing. Okay. Are you sure you got that? Ja, klar, habe ich das verstanden. Ach so. Okay, merken. Ah! Autsch. Verdammt. Gar nicht mal so gut. Verdammt. Direkt abgestürzt. Erste Prüfung versagt. Geht. Okay. Lauf, Conker. Lauf. Lauf. Kontextsensitive. Kommt. Und jetzt springt. Oh, ja. Oh, ja. Nein. Ich merke schon, das wird mir Spaß bereit sein hier. War schon ganz geil. Erster Eindruck, sehr gut, ey. Erster Eindruck, sehr gut. Hui. Auch wenn man nicht weiß, was für einen Sinn das ergibt. Aber naja, man kann fliegen. Als Eichhörnchen. Wie geil ist das denn? So, ich gehe jetzt hier kein Risiko ein und spring da auch. Was ist hier? Oh nein, eine Tür. Sie ist verschlossen. Was soll ich mir machen? Ich kann hier immer noch nur halbherzig schlagen. Selbst nach der Kopfschmerztablette, die ich da genommen habe. Oh. Oh Gott, war das wieder knapp. Ich sollte nicht so viel springen. Das ist... Warte. Oh Gott. Nein, das wollte ich gar nicht. Wo ist diese Ego-Ansicht? Da ist die Ego-Ansicht. Was ist das für ein Viech? Okay. Sieht aus wie ein... Ja, ich weiß nicht, wie es aussieht. Wie sieht es denn aus? Wie etwas fettes, schwarzes, mit rot glühenden Augen. Okay. Okay. Ah. Wer ist dieser Typ? Wenn du denkst, dass du diesen Weg kommst, kannst du wieder nachdenken. Oh, du bist ein realer Charmer. Ich möchte nur nachdenken, bitte. Nein. Ah, okay, das bedeutet, der verprügelt mich, wenn ich zu nah komme. Nein, das will ich nicht eingehen. Oh Gott, also das soll ein Gargoyle darstellen, okay. Ein Gargoyle, der genug hat, auf so Kirchen oder sowas zu sitzen. Kann ich nur so gut verstehen, wenn man 200 Jahre auf dem gleichen Brockenfeld sitzt, da hat man irgendwann keinen Bock mehr. Okay, die verschlossene Tür ist aufgegangen, jetzt muss ich da rein, wahrscheinlich. Und dann habe ich einen Alternativweg. Yes sir. Okay. Oh nein, die Tür, sie ist wieder verschlossen. Was soll das denn? Okay, irgendwie ein Schlüssel. What the fuck? Ein Schlüssel? Okay, komm her. Komm her, komm her. Was? Was ist hier drin? Okay, B drücken. Ja mein Gott, was soll ich daran nicht verstanden haben? Okay, B. What the fuck? Warte mal, was war das? Eine Bratpfanne? Was zur Hölle? Eine Bratpfanne? Okay, ab mit dem Schlüssel, Schlüsselloch. Okay, jetzt bin ich mit einer Bratpfanne bewaffnet. Ich schätze mal, das kann diesen Gargoyle da wirklich verletzen. Weil Metall härter als Stein. Zwar nicht in, eigentlich, eigentlich nicht. Also, nein! Oh nein! Aber ich bin direkt beim Ausgang gelandet, deshalb ist es nicht so schlimm, wie man vermuten möchte. Sehr schön, sehr schön. Kann man auch von hier, oh, unten hier auf den Gargoyle gucken? Kann man. Okay, der sitzt da ja immer noch. Soll mir ja egal sein. Soll mir ja egal sein. Okay, spring, Konker, spring! Ach, spring nochmal, Konker! Spring nochmal! Ja, yes! Oh yes! Gut, gut. Was, diese... Die Pilze denken auch, die hätten Party, oder warum hüpfen die da so rum? Seht euch das mal an, ey, wie die rumhüpfen. Okay. Nun können wir Sachen in einem anderen Turm besprechen. Bam! Was? Was? Du schuldige kleine... Da hat er sich wortwörtlich totgelacht. Dieses Grinsen war größer als sein... Können bitte so viele Zähne in sein Gesicht passen, ganz ehrlich. So, was jetzt... Jetzt ist der Weg doch versperrt, was soll das? Oh Gott! Ich komm da nicht hoch. Oh Gott, nein! So, wie komm ich da jetzt hoch? Ah doch, ich komm da hoch. Ach, jetzt kann ich da. Okay. Nein! Verdammt, ich hab mich noch grad so gerettet, okay. Grad so hab ich mich noch gerettet. Oh ja, okay, weiter geht's, weiter geht's. Keine Müdigkeit vorschützen, es geht direkt weiter. Ich weiß auch nicht, wieso da so Grafik-Bugs sind, aber die werden mich jetzt nicht davon abhalten, dieses Spiel zu meist deren. Kann ich nochmal hier an dem Hebel ziehen? Nee, anscheinend nicht, okay. Hätte er sein können. Hätte er sein können. Okay, ist hier irgendwas? Also, da ist wieder so ein Button, der so kontextsensitiv ist. Und, yes! Ding! Was gibt's denn? Plunger? Mit Dynamite. Ha! Ähm, ich denke, ich weiß, was jetzt passieren wird. Ha! Ha! Ja! Fantastisch! Ha! Ist das geil! Let's go and get some Shaddai. Finally. Äh, ein bisschen schlafen gehen. Oh Gott. So. Ah ne, bevor er schlafen kann, werde ich mich... Oh, was ist denn mit den Sonnenblumen los? Lol! Wie geil ist das denn, ey? Erster Eindruck. Sehr gut, ey, Walter. Was ist das für ein krankes Spiel, ey? Auf jeden Fall verabschiede ich mich jetzt erstmal vorerst. Wer weiß, ob ich irgendwas über diese Grafik machen kann? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und wenn nicht, dann lasse ich es einfach so. Auf jeden Fall. Erstmal Schluss jetzt. Auf Wiedersehen.